Jo Leute, was geht da? Ich bin's Heim wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Widerstandauftrag. Woche 5, erste Phase. Und zwar etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe eines Außenposten der Sieben. Einmal 33.000 XP. Dann würde ich sagen, sehen uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier. Hier sind mal alle Außenposten der Sieben markiert. So, zack, hier. Ich gehe auf jeden Fall hier hin bei den Außenposten der Sieben. Und hier sollte direkt die Gerätverbindung sein. Wir schauen uns mal ganz kurz um, Leute. Ja Leute, hier ist auf jeden Fall die Gerätverbindung auf der Karte ganz genau hier. So, zack, einmal rüberlaufen. Und die Zweitphase ist auf jeden Fall. Markiere Waffen unterschiedlicher Häufigkeitsgrade, damit die Schleifengänge Sie unterscheiden können. Vier Stück, 23.000 XP. Ich habe hier mal die grauen Waffen dabei. So zeigt, müsst ihr einmal markieren. Eins von vier. Ich gucke mal, ich habe keine Waffen, aber ich gucke mal, ob sie sind. Okay, doch. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall grau, grün, lila und gold, wenn wir haben. Äh, und ja Leute, bis gleich. Leute, ich würde sagen, ich kaufe mir mal hier ein schweres Schafschussgewehr. So, zack, haben wir. Einmal markieren. Zwei von vier. Jetzt brauchen wir nur noch grün und blau, Leute. Ja Leute, hier haben wir auf jeden Fall eine grüne Waffe. So, zack, einmal markieren. Drei von vier. Leute, ich gehe jetzt zu Rocky Reels, ganz genau hier. Denn da sind auf jeden Fall diese I.O. Wachen. Also, ich brauche noch die blaue Farbe. Und wenn wir eine I.O. Wache kehren, joggt er uns eine blaue Waffe. Oder hier liegt direkt eine blaue Waffe. So, zack, einmal markieren. Hier von vier. Auftrag abgeschlossen. Aber ich zeige euch noch etwas, wie ihr das Ganze einfach und schnell abschließen könnt. Also, wenn ihr noch eine blaue Waffe braucht und keiner findet, geht einfach zu irgendeinem Board. So, zack. Kehrt den hier. Und, Freunde, wir finischen den. So, zack, einmal finischen. Und hier seht ihr direkt die blaue Striker. Könnt ihr einfach mal markieren. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ihr einen Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst ihr euch nicht, dass es keine Videos mehr mehr war. Und ich würde sagen, das war schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein, bis nächstes Mal, Leute. Tschüss, tschüss.